Auf unserer Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen Aschaffenburg sind wir jetzt heute hier in der Kunsthalle Jesuitenkirche. Herr Doktor Schauerte, Sie als Direktor der Städtischen Museen können wir doch sicherlich erklären, warum wir uns hier in einer ehemaligen Kirche befinden und wer die gebaut hat. Gebaut haben sie die Jesuiten, beziehungsweise genauer gesagt Johann Schweigert von Kronberg, einer der großen Mainzer Fürsterzbischöfe, die ja hier in Aschaffenburg ihre bedeutende Zweitresidenz hatten. Er hat das gewaltige Schloss gebaut und natürlich gehört dazu auch ein Kirchenbau und dieser Kirchenbau unmittelbar in der Nähe des Schlosses, der musste jetzt natürlich auch was Besonderes sein und das ist auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise damals gelungen. Der Orden, der hier tätig war, ist der Jesuitenorden und das hängt sehr stark mit der Reformationsgeschichte zusammen. Die katholische Kirche musste sich überlegen, wie reagieren wir denn jetzt auf diese ganzen Umwälzungen und der Jesuitenorden war fast so eine Art Kampforganisation der katholischen Kirche. Schweigert hat die nach Aschaffenburg geholt, dann haben sie auch eine Kirche gebraucht und die hat er ihn hier hingestellt. Und diese Kirche ist architekturgeschichtlich etwas ganz Besonderes, weil viele Paradoxien hier aufeinandertreffen. Also ein Innenraum, bei dem man sofort an römische Kirchen denkt und es gibt da auch Vorbilder. Und wenn Sie sich das Ganze von außen anschauen, dann gibt es so Mischformen der deutschen Renaissance, aber auch hier wieder mit ganz merkwürdigen Details. Wer von außen kommt und sich das genau ansieht, der wird oben ein Dachreiter, ein Glockentürmchen auf dem Dach entdecken, das um 90 Grad verdreht ist, in sich mit schräg stehenden Pfosten. Und das ist ein bisschen irre. Und wenn man das weiter verfolgt, dann ist das wie ein Leitmotiv für dieses Gebäude. Also es ist viel zu schlecht erforscht, gemessen daran, wie bedeutend das eigentlich ist. Aber wir sitzen dran. Wurde als Kirche genutzt, jetzt augenscheinlich nicht mehr. Wie kam es dazu? Das ist ein Kirchengebäude, das schlichtweg nicht mehr benötigt wurde nach dem Krieg. In den neuen Außengebieten kamen eigene Kirchenbauten dazu für die jeweiligen Gemeinden. Und man hat sich dann in den 70er Jahren entschlossen, nachdem die Kriegszerstörungen beseitigt waren. Das hier eben als zunächst mal als eine Art Multifunktionshalle zu benutzen, aus der dann in den 1980er Jahren die Kunsthalle geworden ist, wie wir sie heute kennen. Sie haben eben den Krieg angesprochen. Im Zweiten Weltkrieg ist Aschaffenburg das Ziel von 20 Luftangriffen gewesen. War das Gebäude hier auch betroffen? Es war schwer beschädigt, aber es war nicht vollständig zerstört, sodass sich also der Wiederaufbau gelohnt hat und auch relativ leicht im Vergleich zu anderen Schäden möglich gewesen ist. Was mich immer wieder fasziniert, ist so dieser Kontrast zwischen diesem alten historischen Gebäude und diesen modernen und avantgardistischen Ausstellungen. Das ist natürlich beabsichtigt und diese Kontrastwirkung kann es eigentlich gar nicht groß genug sein. Bei der aktuellen Ausstellung Tim Otto Roth, Logische Fantasien, sieht man das vielleicht ganz besonders deutlich, weil auch hier die Paradoxie eines der tragenden Elemente ist. Das wird ja schon im Titel deutlich. Logische Fantasie, also Logik oder Fantasie, das schließt sich eigentlich aus. Aber es geht hier um Kunstwerke, die sich nach mathematischen Prinzipien gewissermaßen selbst organisieren. Und das sind auch Kunstwerke, die Klänge erzeugen. Also es ist eine multimediale Ausstellung, die sehr stark mit Überraschungseffekten arbeitet. Und das trifft auch auf die historische Architektur dieses Gebäudes zu. Und deswegen passt das so wunderbar. Und die Architektur bringt natürlich eine wunderbare Akustik mit sich, was sich gerade für so eine Ausstellung sehr schön nutzen lässt. Vielen Dank für die ersten Einblicke. Mehr über die Konzepte der Ausstellung erfahren wir von Dr. Christiane Ladleif. Frau Dr. Ladleif, über das Gebäude und die Geschichte dahinter haben wir jetzt schon ein bisschen was erfahren. Doch welches Konzept verfolgen Sie denn hier mit den Ausstellungen? Wer und was wird denn hier ausgestellt? Wir haben den Schwerpunkt der klassischen Moderne hier. Das ist Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir nehmen da Bezug auf zwei ganz große Protagonisten, die eng mit Aschaffenburg verbunden sind. Ernst Ludwig Kirchner, der Brückekünstler und Christian Schaadt, der seit Mitte der 40er Jahre in Aschaffenburg gelebt hat bis zu seinem Tod 1982. Weiter gefasst machen wir auch Ausstellungen zu gefestigten Positionen des 20. und 21. Jahrhunderts. Und wie gehen Sie dann solche Ausstellungen an? Welches Konzept verfolgen Sie? Weil genug Platz ist ja da, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Ja, das ist ein außergewöhnlicher Raum. Da sind wir auch wirklich sehr bevorzugt. Wir haben einen 18 Meter hohen profanierten Sakralraum zur Verfügung. Es ist eine ganz besondere Raumwirkung, die wir hier haben. Da sieht man immer wieder, dass jede Ausstellung einen ganz eigenen, ja ganz eigenes Flair entwickelt hier in diesen Räumlichkeiten. Ich denke da an viele Ausstellungsprojekte in der Vergangenheit zurück. Seit 1990 ist es ein Ausstellungshaus und ja, es ist einfach vielgestaltig, was man hier machen kann. Was waren für Sie die letzten 30 Jahre so die Highlights? Ja, schwierige Frage. Eigentlich ist jedes Ausstellung in dem Moment erst mal das Baby, kann man sagen. Aber natürlich bleiben viele Dinge in Erinnerung. Ich denke da gerne an Ausstellungen zurück wie Günter Uecker beispielsweise. Es war eine sehr ästhetische Präsentation mit einer riesigen Fahne in dem 18 Meter hohen Raum. Hat er so wirklich beschrieben, wunderbar gestaltet, sehr ästhetisch. Dann denke ich an die, ja die goldenen Affenskulpturen von Jörg Immendorf. Eine ganz eigene Wirkung haben die hier erzeugt. Also dieses einerseits profane und dann aber nobilitiert, ähnlich wie dieser Raum, in Gold gefasst, war wirklich etwas ganz Besonderes. Ja und dann natürlich ganz, ganz viele Künstlerpersönlichkeiten von Rang und Namen, die uns hier auch besucht haben im Rahmen der Ausstellungseröffnungen. Da denke ich an den Malerfürsten Markus Lüppertz mit seinem goldenen Stöckchen, mit dem mit dem Totenschädel. Man kennt ihn. Dann denke ich an John Bellany, den großen schottischen Maler, der auch von der Queen ausgezeichnet wurde. Dann natürlich an Daniel Spöry und viele, viele mehr. Also einige prominente Namen, die hier schon ausgestellt haben. Kommen wir mal zu einer viel beachteten Ausstellung. 2012 war das Moderne am Pranger. Ja, das war ein ganz besonderes Projekt. Es war ein Forschungsprojekt, was wir wirklich auch als einziges Haus bundesweit hier umsetzen konnten. Wir haben die Verbindung zu einem namhaften Sammler, Gerhard Schneider, der seine Sammlung hier uns zur Verfügung gestellt hat und in Kombination mit der Forschungsstelle Entartete Kunst konnten wir diese Ausstellung 75 Jahre nach dieser Diffamierungsschau in München Entartete Kunst hier auch präsentieren. Künstler, die bis dato vorher nicht bekannt waren, als diffamierte Künstler konnten wir hier zeigen und nachweisen, dass sie zu diesen Ausstellungen gehörten. Jetzt bringt ja so ein großes historisches Gebäude auch eine Menge Unterhaltungskosten mit sich. Die werden nicht allein durch städtische Zuschüsse gedeckt, ne? Nein, natürlich nicht. Das sind städtische Mittel, es ist ein städtisches Haus, aber eine ganz, ganz feste Größe und wichtige Größe ist der Förderkreis Kunsthalle Jesuitenkirche mit mittlerweile annähernd 450 Mitgliedern. Und das ist einfach eine wirklich feste Planungsgröße für mich, ohne die wirklich auch viele Katalogproduktionen nicht gehen würden oder viele außergewöhnliche Nebenschauplätze, die auch beim Ausstellungsgeschäft mal bedient werden müssen. Das ist wirklich fantastisch. Dankeschön, Frau Dr. Leitleif. Wir freuen uns auf viele weitere tolle Künstler und Aufstellungen. Danke.